Ich kenne jetzt die Tür nicht aus. Aber kennt ihr die Kopp-Rückerner-Strasse zum Kommen? Oder die Langasse zum Beispiel. Oder die Prühe-Basse. Wir spielen jetzt noch eins. Der Schwäger ist ein Lied, um uns weiterentwickeln. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher springen, wo der Eingang war. Der Ausgang könnte hier drin sein. Und dort rummern wir umher an mit so einer grossen Kiste, wo wir noch unsere erste Wunder, aber auch unsere zweite Serie abkaufen und neuerdings auch T-Shirts. Am Eingang, an welchem Eingang jetzt? Am Eingang zum Helsinki, also... Nein, 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 nein. Am Eingang gibt's mir völlig die Fair-Informationen. Der Regie hat gerade gesagt, er hat noch einen Eingang. Der Regie hat aber nicht recht gehabt. Es ist... Ja, ihr seht ja auch uns, oder? Da ist... Eingang, das ist der Meingang. Weisse Sam. Weisse Sam. Das mal etwas anderes würde ich sagen, wo ihr seht. Aber die Samen ist der Regie. Da spielen noch eins, ein Duogal, wo ihr das sagt. Wir haben eine sehr schöne Rote, die blaue und weisse sind. Die weissen sind die schönsten, die blauen sind die beliebtesten und die roten kämen durch Stuhl und Banken. Darum würde ich euch empfehlen, die roten kaufen. Es hat einen Wales drauf gezeichnet und unten steht da drauf abgenannt. Michi z.B. hat es recht häufig an und es sieht super aus. Ich glaube, es ist ein T-Shirt, der es gut auskommt. Ich habe es auch noch einmal so gut auskommt. Wir wissen, dass wir jetzt noch Kostouren haben und den Ausgang findet ihr ja auch. Und, äh, herzlichen Glückwunsch. Auch, dass sie gekommen sind und dass sie so geblieben sind. Dass sie so nett gewesen sind zu uns. Denn wir ja auch nehmen, sie sind so auf dem Montag. Und dann spielen wir euch aufschliessen. Also, ein Lied von unserer ersten CD. Und es heisst Trudelmaus. Wir werden den Wald spazieren, Hände in Hand. Und ein Berg kommt uns entgegen. Und sagt Grüezi bin ich auch nacht. Und dann geht es etwa eine Viertelstunde, bis uns wieder jemand beginnt. Es ist eine Frau mit einem Hund, und es ist Ernst und das Recht. Und wir reden über das Wetter und über unsere Worte. Und plötzlich sagst du, schau, da hat es schlief, die Elefanten. Also eigentlich sind es nassen Bausteine, wo man anfängt und meint. Aber gerne, du hast zuerst wirklich gemeint gehabt, dass es Elefanten sind. Und ich meine, es sieht ja alle ein bisschen so aus, mit viel Fantasie. Du sagst mit, welcher Fantasie, wo mir lachen kann. Aber mehr so automatisch. Nicht, weil man das Glück verkaufen findet. Und es ist herrscht und es wiegt. Und da ist ein ganzes Typ. Alles klar! Musik 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 Mit dem Lamm durchs Abruf und mit dem Lamm Seht es so schön Aber ein Ohren wird sich Und er muss mit vorhanden zählen Oh, Franz kennt und alle Fuglern, sie reissen ein und zum Schlaf mach ich Blut, aufstehen wird nirgendes Brudelmaß, in Schlaf, aufstehen wird nirgendes Brudelmaß, aufstehen wird nirgendes Brudelmaß,